Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Pempelfort. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 32 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 690 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017